ja liebe leute herzlich willkommen zu let's play GTA 5 wir sind wieder am start bzw ich bin wieder am start mit Michael heute wir haben die nächste mission offen die auch mit Michael stattfinden wird und die findet ihr oder finden wir unter dem M und da gehen wir jetzt auch hin schade irgendwie dass ich die ganze Zeit alleine kommentieren muss gerade bei so einem langen Spiel wie es dann auch bei GTA 5 der Fall ist aber naja müssen wir durch ich habe es mir ja selber ausgesucht deswegen geh mal rein ich weiß gar nicht was hab ich auch in der letzten Folge denn gemacht ich überlege gerade überlege gerade ah genau den Hausmeister ja den Hausmeister für FIB um seine okay und seine unter Silien und seinen Ausweis ja erleichtert die Frage ist was damit damit vor ich bin mal ich habe vorfalt ja guck mal was zusammen mit dem wickel also ich weiß es natürlich aber klar für viele leute mag das hat mich zu lange waren gegeben dass ich diese story noch nicht kennt und wenn ihr das erste mal auf meinem Kanal gelandet seid dann hat sich mal herzlich willkommen und sage einfach ein herzliches Dankeschön natürlich auch ähm es ist nicht alltäglich dass viele äh leute auf meinem Kanal kommen und mittlerweile sind die Aufrufe auch relativ gut ich bin auch zufrieden mit dem Moment haben wir den ein oder Story haben wir den ein oder anderen aufrufen auf jeden Fall doch gut ähm ja komm schon durch passt die Karadi haben wir uns ja damit zum Filmstudio geklaut das war Riko als wir aus dem chinesen Lager dann kommen mussten das ist der Fleischfabrik was wieder eine Fleischfabrik das war ja die Münchenfabrik war das klar äh war ja auch bei dem Ding auf Palito mir erinnert sich schon eine Weile her gut äh mal schauen wir uns jetzt Chimis zurück ja jetzt ist Chimis Chimis Twerver ne Twerver ist mit der Karadar abgehauen oder? Chimis Twerver war doch mit der Karadar abgehauen vermiedene Zusammenführung nicht mehr nicht mehr hall das ist nicht mehr K semplinen schreuz Sie 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 Hey, 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 I'm sorry I spiked you, okay, I just, I get so mad and I can't control things, and then, you know, shit just falls on top of me, my life sucks right now, and I don't know what to do, except I want to say I love you and hug it out, but all that wimpy shit is just, well, I'd say gay, but I have some friends who are gay, so that's not cool anymore, and the ones that I don't really like, it's not cause they're gay, so lame, alright, you are just a lame and angry psycho sometimes, you do bad shit and things, I don't know if I love you, and I'm pretty sure I hate you a little bit, but I'm just so fucking upset that we can't even see each other, and you're just a drunk, lame dad. You know what, that might just be the nicest thing anybody's ever said to me. Hey, so will you buy me a car? What? I mean, not in the so will you buy me a car kind of way, in a completely off topic, can you buy me a car? I mean, firstly, I'm a fat shit that you ruin, and secondly, I will get a job, and I will stop smoking pot, in that sort of way, okay? I love you too, son. Now, go. Get a job, because I don't have the money to buy you a car. Besides which way? You're actually not a half million, but good. Please don't die, okay? It's great catching up with you too, Dad. Yeah. Hm. Hey, how's your mother? Oh, she's great. No, she's not. She's bored. I mean, all this mesmerizing tantric sex she's been having with a much younger, better built, caring and compassionate man is great and all, but what's she going to do for the other six hours of the day? What the fuck? I'm just winding you up, you miserable bastard. She's mad at you. She's scared that you're going to die, and she wants you to go over there and prove that you give a fuck. All right. All right, all right! I can take a fucking... Let's go. We'll get Tracy on the way. Tracy on the other hand, she's a star. Sort of. Yeah. Da... Kann ich mir gerade denken, was von Art und so ist. Hey, gib dich zum Bean Machine. Ja, komm. Steig ein. Das ist gut, dass es nicht weit weg ist. Das ist direkt um die Ecke. Entschuldigung. Das hat die Karoffer im Endeffekt. Das hat die Karoffer im Endeffekt. Das fände mich der Innere, da leider. Wer setzt sich Weihnachtschen? Hey, Amanda. Fabian. Michael? Hey, Mom. Hey, Jimmy. Ich würde dir so gerne dem Typen. Sie will ihn auch so gerne. Anything for you, Sweetheart? What, what did you say? I had some really good work there, you dick! There's a lot more where that came from, Holmes. Was he alive? Er hat mich erhört. Yeah, he's fine. Listen, Amanda. I wanted... I mean, I'm not saying to you. I just... What he's trying to say, Mom, is that he's a pathetic old drunken mess and he needs you. And you could do a lot better than a primadonna yoga instructor with an anal fixation. Someone say... Irgendwann tut das gerade richtig gut, dem Typen einfach mal auf die Fresse zu holen. Neutral ground. Dr. Friedlanders office. It's perfect. All of us. I'll pick up Tracy and bring her there. Meet you? Fine. All right, you. Come on. Get up, you idiot. Yoga? No. No yoga. What a nice bucket. You know where your sister is, right? Yeah. Let's go. Wait, wait, but what about that sugar, caffeine and emulsified pig fat flavored beverage I want? Another time. Come on. I want one too. Later. So, dann fahren wir mal. Oh. Sorry, aber ich muss noch was erledigen. Kleine Fotze, Alter. Gut. Die ist... Oh Gott, der Typ. Was will er? It's Tracy, der etwas will. Was will er? She wants to get back on Famer or Shame after you and Uncle T cut her cameos. Chara, she'll do another tag with me. I don't think we ought to help her out with that. Maybe we ought to. Hey. Let me ask you. Back there with your mom. That went okay, didn't it? Anything that ends with Fabian's first eardrum is more than okay with me. Yeah, I mean with me and your mom. I think it's an important first step in, like, the direction of, okay, if you know what I mean. Yeah, yeah, I know what you mean. I think we ought to go to the studio. Wir parken mal ein. So, dann gehen wir da mal hin. Ich hab ja auch in gut zwei Wochen mein Tattoo-Termin. Oh-oh. So sieht man sich wieder. Hahaha. So. Wir verschönern den erstmal. So, was machen wir dann das Nächstes? Da kommt die Nase auch noch. Ptsch. Und die Augenbraue noch. So funktioniert das Ganze. Oh, das wird lustig gerade. Seht ihr mich gerade an diese Foltermission, wenn ich mich gerade reinhielt? Folge 32 war das. Haha. Was ist denn, war der Dick? Können wir den wieder drücken? Ich kann mich gerade vorstellen, was das wird. Wie geil ist das einfach? Ich hab das nicht gesagt. Ah. Nein. Nein. Ich muss mich drei Haare schreiten? Ah. Da geht's. Oh, das ist toll. Hast du, wie ein Kameraphone oder ein Schicht? Oh, ja. Ich bekomme dir ein Schicht. Ich mach dich auf die Hände mit. F*** das. In ja. Snip, snip. Snip, snip. Ich hätte glaube ich als Vater genauso reagiert, wenn er meine Tochter so angraben würde. Du bist mir als Tag so Idiot. Ja, okay. Okay, Trace, gehen wir. Wir müssen nach der Therapie kommen. Was? Also, ich werde dich oder so sagen, okay? Tschüss! Es ist eine Familie, die braucht Therapie. Mein Pony! Wie sehe ich? Das ist nicht gut, ist es? Nein. Wer wusste, dass du eine Tattoo-Gun kannst? Das ist eine von diesen Fähigkeiten, die du in der Präsenz nehmen kannst. Das stimmt, in der nächste Session. So, begib dich noch Dr. Freaklanders Praxis. Die Folge ist noch nicht zu Ende, dauert noch ein bisschen. Das ist eine Idee. Ich denke, es geht um Yoga zu. Pop? Jetzt geht es um Yoga zu. Literally. Wie Fabian? Around die Hände mit dem Laptop? Oh, ja. Wie pow! Our old man released das Manns inner Tranquilität all over das B-Machin Badian. Ich bin ehrlich, und ich weiß, dass es karmisch gut ist, aber ich totalen das Mann. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Oh Mann! Ja, ich weiß, was er so aufs eigene Arsch. Du bist ein fucking Contortionist. Woopie! Ich habe meine Arschung all day long, und ich habe keine superiorität. Ich bin nur ein bisschen schade und entierend. Over, Cher. Hey, ich war mit deinem Mann. Ich applaudiere dich, Pop. Hier, hier. Du bist, endlich, wie, benutzt deine Macht von Selbstbewusstsein und Rage für, wie gut. Nicht ein Objektiv-Universal-Gut, sondern ein Subjektiv- Was-In-Our-Best-Interest-Gut. Fuck yeah! Awesome! Let's rob somebody! Do it, Dan! Yeah, do it! Do it! Enough! Okay? I love that we're getting along, but knock it off. Yeah, don't like actually rob a liquor store, that might like kill the mood. Fucking therapy, let's do that shit! Hey, how about you just let your mom and me talk, okay? We got some issues we gotta iron out. Is the issue to aren't into it? You could just sit there and be quiet. That's cool with me. I got all the prescriptions I need, and at least for the meantime. Thank you. Hm. Moment, wir haben jetzt verfahren. Da müssen wir hin. Was ist das? Michael? Kids? Let's go inside. Okay. Die Stelle kennen wir ja noch, ne? Da haben wir halt doch mal hier mit Franklin Lamar begonnen, wer sich denn nicht erinnert, wer sich erinnert. 2. Amanda. Sehr gut, dass du dich wiedersehen, Michael. Ich bin so glücklich. Isn't this great? Fantastisch. Michael, sei positiv. Ich bin so positiv. Ich bin so positiv. Ich bin so positiv. Ich bin so positiv. Gib es auf, Michael. Das Sarcassum. Es ist eine der Grunde, dass ich rausgelegt habe. Es ist hinter dir. Nein, es ist nicht, Amanda. Trust mich. Nothing ist hinter mir. Nein, normalerweise gibt es einen Hör hinter dir. Ich kann sie ab. Für jemanden, der Produ ding wird alle Momenten an dessen, die sich rüber dünnlos an zu Ende, ich muss zu sagen, dasрок Ist wirklich sehr lang. Wie würde du wissen, welch, welchen Progress ist, du schweinartig Severn. Gell, denn alles, was du machen willst, ist es wiener der mich. Oh, alles, was ich wiener der mich. Michael, bitte bitte nicht zu fassigen Menschen. Michael, bitte bitte nicht zu mirern, mich und beide deine Kinder. Kinder, du schützt die Leute und dann sitzt du in der Sonne und trinkst und fühlst du schuldig. Das ist nicht funktioniert. Ich sehe dich nicht auf der Weg zur Bank. Ich meine, wir tun es, Amanda. Wir sind Trailer Trash, du und ich. Wir haben uns versucht, das zu tun zu machen. Du hast ein Center, Michael. Du hast kein Center. Wie geht es dir, dass du meine Kacke spielst? Wir beide bekommen ein Center, bevor das überhaupt passiert. Du bist so ein fucking animal, ein gerangt animal. Du fucking nicht richtig gerangt! Wie kann ich nicht sein? Ich sollte dich verletzten Jahren, du schuldig. Mach es! Mach es! Ich werde dich in eine fucking Runde mit den resten. Und das ist wirklich alles, was wir haben. Oh. Great. Ich denke, dass wir ein wirkliches Progresse gemacht haben. Oh, Michael. Ich hoffe, dass das nicht geht. Aber die Familie ist ein wenigstenswert. Was? Double? Squared. Natürlich. Ja. Take care now. Hey. So, gehst du mit mir nach Hause, oder was? Ich glaube, wir werden es versuchen. Okay, dann. Das hätte ich auf sich erwartet. Kinder! Also, würdest du uns nach Hause fahren? 4.000 Dollar. So, dann fahren wir wieder zurück. Warte mal. Ja, ich weiß nicht. Du weißt, wie... Vielleicht brauchen wir mehr Zeit. Zeit für was? Zeit, um zu drüben zu schreien zu sein. Das war Katharina. Die Dersche sind alle auf meine Gesichter. Oh, ich habe ein warm, Fuzzy Gefühl. Wahrscheinlich nur die Meds du hast. Okay. Kathartisch. Okay. Ich möchte einfach nicht mehr so sein. Jetzt bist du derjenige, der macht die Demen? Oh, nein, nein. Nicht die Demen. Ich sage, du hast recht. Ich sage, du hast das, was zu verletzt. Wir müssen wir arbeiten, um es zu verletzen. Wir machen. Wir machen. Wir machen. Wir machen. Ja, Mom. Für real, Peeps. Ich habe angefangen, zu verstehen etwas in da. Niemand anderes bekommt diese Familie. Nicht Dr. Friedlander, oder meine Joghäuser, oder unser Tennis-Tentrum. Oder der Joghäuser. Oder der Joghäuser. Oder der Joghäuser. Oh, hey, hey. Oder Jimmy's third grade teacher. Oder der Trash-Guy. Oder der Dad's Proctologist. Oder der Typ, der denkt er ist Jesus auf Vespucci Beach. Oder der Hippie-Bum, der denkt der Welt ist enden. Wir sind mit uns zusammen. Ich meine, wie Sie erklären, Fakieren unsere Deathen, Veränder unsere Namen, all die Linien zu der FIB? Der Monster, Trevor? Da ist nichts zu erklären, Uncle T. Hey, ist er gekommen in der nächsten Therapie-Session? Was? Nein! Nein! Jeeze! Nur eine Sache, Michael. Nur eine Sache, uns gebeten. Und nicht gebeten. Das nicht gebeten. Kannst du das tun? Ich gebe ihm mein Bestes Schuss. Ich gebe ihm mein Bestes Schuss. Mit jeder Fibre meiner Menschheit, ich werde alles tun, was es braucht, um es nicht passieren, Ich wünsche dir. Und keine Joghäuser. Oder andere Frauen. Ja, Dad! Gross! Du bist besser, Papa. Leute, ich habe diese Gespräche nicht zufrieden. Ich habe diese Gespräche. So. Kids? Rooms! Wenn du totes Schuss, cheap women oder Trevor Phillips findest, dann schauen wir uns ins Hotel Rockford-Hills-Hotel. Aber Trevor scheint es auch nicht so gut zu sprechen zu sein. Bestanden Familienzusammenführung. Oh, beziehungsweise 17 Minuten. Okay, das passt soweit von der Folge. Das wäre ein bisschen schneller gewesen. Aber... Ist ja Jakob Yose. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.